Hallo und willkommen bei einem neuen MakerBlog Tutorial, heute mit dem Thema LCD mit I2C. Diese Displays hier, die kennt ihr ja sicher, die kleine Version 1602 mit zwei Zeilen zu je 16 Zeichen, die ist in den meisten Arduino Starter Kits enthalten. Dann gibt es noch die größere 2004, also vier Zeilen mit je 20 Zeichen. Die sind praktisch und günstig, werden aber parallel angesteuert und benötigen dadurch ziemlich viele Pins am Arduino. Die 16 Anschlüsse hier im Modul, die sind da ja schon mal ein eher schlechtes Zeichen. Selbst im reduzierten 4-Bit-Modus müssten wir mindestens sechs dieser Anschlüsse hier mit Digital-Pins am Arduino verbinden, damit wir das Display parallel ansteuern können. Das ist ganz schön viel, vor allem wenn man auch noch andere Sensoren oder Module dranhängen will oder vielleicht mehrere Displays vom Kabelsalat am Breadboard, will ich da noch gar nicht reden. Deswegen gibt es die Möglichkeit, die Displays mit einer I2C-Schnittstelle zu erweitern. I2C, die Abkürzung steht für Inter-Integrated Circuit, ist ein Protokoll zur seriellen Kommunikation zwischen mehreren elektronischen Bauteilen, die nur zwei Leitungen benötigt. Einmal die Datenleitung SDA und dann die Glockleitung SCL, die den Takt vorgibt. Jedes angeschlossene Gerät hat dabei eine eindeutige Adresse. Bei Mikrocontroller-Projekten wie mit dem Arduino bedeutet das, dass man mit nur zwei Pins viele verschiedene Module wie Sensoren oder Displays über eine Schnittstelle ansteuern kann. Für die Standard-LCD-Displays ist die I2C-Erweiterung meistens so eine kleine Platine, die einfach hier an die 16 Anschluss-Pins des Display-Moduls gelötet wird und die dann ihrerseits hier die vier Anschlüsse der I2C-Schnittstelle zur Verfügung stellt. Und in diesem Fall auch noch einen Drehwiderstand zur Steuerung der Helligkeit. Für das Tutorial verwende ich drei Displays. Einmal diese beiden hier im Doppelpack von FreeNova, die von oben zwar noch wie die normalen Parallelmodule aussehen und hier auch noch die 16 originalen Anschlüsse haben. Von unten sieht man aber, dass der I2C-Controller hier schon direkt auf der Platine verbaut ist. Und dann ein 2004, also vier Zeilen mit je 20 Zeichen von AC Delivery mit diesem externen I2C-Modul, einem Standard-IO-Expander-Board, das serielle Daten über I2C in parallele Daten für das Display umwandelt. Später werde ich dann noch versuchen, alle drei Displays gleichzeitig am Arduino zu verwenden. Jetzt aber erstmal auf Spreadboard und wir schließen ein Display an. Dank I2C geht das ja relativ einfach. Wir haben hier die Beschriftung für die vier Pins, Ground, 5 Volt, das Datenpin und das Clock-Pin. Ich schließe hier mal die Stromversorgung an, also 5 Volt und Ground. Und dann haben wir hier Orange, das ist das Datenpin. Das gehört beim Arduino Uno auf das Analog-Pin A4 und Clock gehört auf das Analog-Pin A5. Ich hoffe, man sieht das hier. Achtung, bei anderen Mikrocontrollern können das andere Pins sein, die verwendet werden müssen. Beim Arduino Micro zum Beispiel würde man für I2C die Pins D2 und D3 verwenden. In der Arduino Entwicklungsumgebung habe ich schon einen Sketch vorbereitet. Der verwendet allerdings hier eine Library, die wir erst installieren müssen. Dazu gehe ich hier auf den Library Manager. Wir suchen nach LCD I2C. Und dieses Ergebnis, das hier bei mir als erstes kommt, LCD I2C Multilingual, das ist die Library, die wir installieren wollen. Ich klicke hier mal auf Install. Man sieht hier weiter unten, es gibt hier noch ein anderes Ergebnis, die Liquid Crystal I2C. Das ist die alte Version, die wird seit ungefähr einem Jahr nicht mehr weiter gepflegt und betreut. Deswegen lieber diese hier installieren. Schauen wir uns den Sketch kurz an. Also hier wird die Library eingebunden. Dann initialisiere ich hier das Display-Objekt. Und nun ist es bei der Kommunikation via I2C ja so, dass jedes angeschlossene Gerät eine eigene Adresse haben muss, über die es angesprochen wird. Normalerweise steht die Adresse im zugehörigen Datenblatt. Hier bei diesen Displays, beziehungsweise bei der eingebauten I2C-Schnittstelle ist es laut Datenblatt Hexadezimal 2.7, also in Dezimalzahlen 39. Es wird hier mit dem 0x vorne in der Hexadezimalnotation angegeben. Die Adresse muss ich hier also mit übergeben und dann auch noch, wie viele Zeichen und wie viele Zeilen das Display hat. Im Setup wird dann zuerst das Display initialisiert, die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet, der Cursor an die Position 0,0 gesetzt, also in der ersten Zeile auf das erste Zeichen und dort gebe ich mal den Text Sekunden-Doppelpunkt aus. In der Loop-Funktion, die dann nach dem Start des Arduino ständig wiederholt wird, rechne ich mir hier zuerst aus der Millis-Funktion die seit dem Start des Arduino vergangenen Zeit in Sekunden aus. Also Millis, die zählt wirklich ab dem Start des Arduino die Millisekunden mit, durch 1000 dividiert ergibt die aktuellen Sekunden. Dann setze ich hier den Cursor an die erste Stelle von der zweiten Zeile und gebe diesen Sekundenwert aus, gefolgt von einem kleinen S und einigen Leerzeichen, um eventuell von der vorherigen Anzeige übrig gebliebene Zeichen zu überschreiben. Hier ist dann noch dieses Delay 500, das wartet eine halbe Sekunde, das wäre an und für sich nicht notwendig. Wenn ich das aber nicht einfüge, dann läuft diese Loop-Funktion hier ja sehr schnell und unterbrochen durch. Das heißt, das Display würde wahrscheinlich viele hundert Male pro Sekunde aktualisiert werden. Das ist gar nicht notwendig, weil sich der Inhalt ja ohnehin nur jede Sekunde ändert. Also ein Delay 500. Gut, den Sketch spiele ich jetzt mal auf den Arduino und dann schauen wir, was am Display passiert. Und wir sehen, hier fängt schon der Sekundenzähler an zu zählen. Steht zwar kopfüber, aber ich denke, es ist ganz gut erkennbar. Diese Displays kommen übrigens mit fix einprogrammierten Zeichensätzen. Je nach Variante kann es also sein, dass euer Display von Haus aus erstmal keine Sonderzeichen, wie zum Beispiel die deutschen Umlaute beherrscht. So ist das auch hier bei meinen LCDs. Auch dafür gibt es Lösungen. Das sprengt aber den Rahmen dieses Tutorials. Einen Link dazu findet ihr aber in der Videobeschreibung. Das wäre jetzt mal das erste Display. Was aber, wenn wir alle drei Anzeigen gleichzeitig verwenden möchten? Laut Datenblatt haben die nämlich derzeit alle die Hexadezimaladresse 2.7. Wie können wir die jetzt trotzdem einzeln ansprechen? Bei der Vergabe von I2C-Adressen hat sich zwar mit der Zeit ein gewisser Standard etabliert, der zumindest dafür sorgt, dass verschiedene Arten von Geräten unterschiedliche Standardadressen haben. Also wenn ich zum Beispiel einen Temperatursensor und ein Display gleichzeitig am I2C-Bus verwenden will, dann werden die sich wahrscheinlich nicht in die Quere kommen und von Haus aus unterschiedliche Adressen haben. Was aber, wenn ich, wie in meinem Fall hier, drei Displays habe, alle mit der gleichen Adresse? Zur Lösung dieses Problems gibt es hier auf der Rückseite des Moduls diese Pins, die mit A0, A1 und A2 beschriftet sind. Die drei Pins entsprechen den letzten drei Bits der Adresse des Geräts. Ab Werk sind die, wie hier, alle geöffnet, was in dem Fall bedeutet, dass das jeweilige Bit auf High, also auf 1, gesetzt ist. Und damit ergibt sich zum Beispiel für dieses Display hier die binäre Adresse 0100111 für den I2C-Bus. I2C-Adressen können übrigens zwischen Dizimal 0 und 127 liegen, benötigen also nur 7 Bit. Das achte Bit ganz rechts wird dann bei der Datenübertragung verwendet, um anzugeben, ob Daten geschrieben oder gelesen werden sollen. Wenn ich eines dieser Pins mit einer Lötstelle schließe, dann wird das kurz geschlossen auf den Pegel Low und aus der 1 in der Binärdarstellung wird eine 0. Schließe ich also zum Beispiel das A0, dann wechselt das letzte Bit hier von 1 auf 0 und der Wert dieser 7 Bit verringert sich von Hex27 auf Hex26 beziehungsweise Dizimal von 39 auf 38. Entsprechend wirkt sich das Pin A1 auf das vorletzte Bit mit dem Stellenwert 2 und A2 auf das vorvorletzte mit dem Stellenwert 4 aus. Ich kann auch alle drei Pins schließen, dann verringert sich die Adresse um 1 plus 2 plus 4, also um 7. Übrig bleibt Binär 0,1, 0,0, 0, 0, 0 und statt Hexadezimal 27 habe ich dann die Adresse 2,0 beziehungsweise im Dezimalsystem 32. Hier in diesem Fall reicht es, wenn ich bei einem meiner Displays das letzte Bit, also A0, kurz schließe, das habe ich hier schon getan sieht man hier und damit aus der Adresse Hex27 eine Hex26 mache und beim anderen werde ich das Bit A1 kurz schließen und mache damit aus dem Hexwert 27 einen 25. Damit sollten alle drei Displays unterschiedliche Adressen haben. Zuerst muss ich dieses Modul aber mal hier an das große Display lüten. So, die Lüterei, die erspare ich euch, das kann ich nämlich nicht besonders gut. Also die I2C Adressen sind jetzt Hexadezimal 25, 26 und 27. Das hier ist also unverändert. Hier wurde der Lütpunkt A0 verbunden und hier A1. Jetzt müssen die drei Displays hier nicht nur alle mit der Stromversorgung verbunden werden. Das ist ja einfach, weil ich mir hier vom Arduino Plus und Minus bereits hier auf Spreadboard geführt habe, sondern es müssen auch alle drei SDA-Pins an das Arduino Pin A4 und alle drei SCL-Pins an das Arduino Pin A5. Damit das einfacher ist, werde ich dieses Pin hier erst mal oder diese beiden Pins hier erst mal auf Spreadboard führen. So, A4 haben wir jetzt hier in der Reihe 29, A5 in der Reihe 30 und jetzt werde ich die drei Displays verbinden. So, die Displays sind angeschlossen. Jetzt brauchen wir noch einen Sketch, der das Ganze auch bespielt. Den Sketch habe ich schon vorbereitet. Wir binden hier die benötigte Library ein. Dann werden die drei Displays initialisiert. Die ersten beiden mit 16 Zeichen in zwei Zeilen, das dritte mit 20 Zeichen in vier Zeilen und hier übergebe ich jeweils die I2C Adressen, die ich festgelegt habe. Das sind zwei Hilfsvariablen, die brauchen wir dann später und das Setup teilt sich in drei Blöcke auf. Wir initialisieren einfach die Displays der Reihe nach, schalten die Hintergrundbeleuchtung ein, setzen den Cursor nach links oben und geben einen Text aus. Im ersten Display Sekunden, im zweiten Display will ich die Millisekunden anzeigen und im dritten Display die vergangene Zeit in Sekunden über einen Fortschrittsbalken. In der Loop-Funktion lese ich mir zuerst über die Millis-Funktion, die seit dem Start des Arduino vergangene Zeit in Millisekunden aus. Hier dividiere ich die Zahl dann durch 1000, sodass ich die vergangenen Sekunden erhalte. Am ersten Display setzen wir den Cursor ganz links in der zweiten Zeile und geben einfach die vergangenen Sekunden ausgefolgt von einem S. Am zweiten Display ganz ähnlich die seit dem Start des Arduino vergangenen Millisekunden mit einem MS hinten dran. Dann das spannendere Teil, das Dreier-Display. Da will ich einen Fortschrittsbalken anzeigen. Da überprüfe ich zuerst einmal mit diesem IF, ob seit dem letzten Durchlauf dieser Funktion überhaupt schon eine Sekunde vergangen ist. Denn wenn das nicht passiert ist, muss ich eigentlich nichts tun, wenn schon eine Sekunde vergangen ist und sich dadurch die aktuelle Sekunde geändert hat. Dann rechne ich mir den Wert für den Fortschrittsbalken aus, den ich dort anzeigen will. Der soll sich ja in einer Minute komplett füllen. Also ich verbrauche alle 60 Zeichen, die ich auf den drei verbliebenen Zeilen zur Verfügung habe und dann wieder von vorne beginnen. Das passiert hier durch die Modulo-Funktion. Also ich nehme die aktuellen Sekunden, Modulo 60. Modulo heißt in dem Fall, teile die Zahl durch 60 und gib mir den Rest zurück. Zum Beispiel will ich nach drei Sekunden, dass mein Fortschrittsbalken bis zum dritten Zeichen gefüllt ist, aber nach 63 Sekunden soll das genau wieder der Fall sein. Und das erledigt diese Modulo-Funktion. Dann merke ich mir noch neu die letzte Sekunde, in der ich das behandelt habe. Wenn der Fortschrittsbalken jetzt gerade 0 Zeichen lang ist, dann bedeutet das, dass ich die unteren drei Zeilen in dem großen Display löschen kann. Ich will ja gar nichts anzeigen. Dazu gehe ich hier einfach die Zeilen 1 bis 3 durch. Das sind die Zeilen, die zweite bis zur vierten Zeile am Display und setze den Cursor jeweils nach ganz links und gebe dann hier einfach 20 Leerzeichen aus. Nicht besonders elegant, aber funktioniert. Dann kommt hier der Block, in dem der Fortschrittsbalken gezeichnet wird. Dazu merke ich mir immer die aktuelle Zeile und die aktuelle Spalte und gehe hier dann in der Schleife vom Wert 0 bis zur Länge meines Fortschrittsbalkens. Und für jeden Schleifendurchlauf setze ich den Cursor an die entsprechende Zeile und Spalte, also ganz am Anfang in die erste Spalte von der zweiten Zeile und gebe hier ein Zeichen aus. Dann erhöhe ich den Spaltenwert um 1, das heißt, ich springe zum nächsten Zeichen in meiner Zeile und wenn der Spaltenwert größer als 20 oder größer gleich 20 ist, ich also die Zeile wechseln muss, setze ich die Spalte wieder auf 0 und erhöhe dafür meinen Zeilenwert um 1 und so werden, wenn nötig, alle drei Zeilen durchlaufen und an jeder Position wird das Rautenzeichen ausgegeben und so kriege ich meinen wachsenden Fortschrittsbalken. Das ist auch schon der ganze Sketch, den übertrage ich jetzt auf den Arduino und dann schauen wir, ob er das Richtige macht. Und dann sehen wir schon, wie hier der Reihe nach die drei Displays initialisiert werden. Am ersten wird die Zeit in Sekunden ausgegeben, am zweiten in Millisekunden und hier am dritten bewegt sich der Fortschrittsbalken. Damit haben wir das jetzt geschafft. Wir können drei dieser LCDs mit dem Arduino ansteuern und benötigen dafür nicht, wie bei der parallelen Version, 3x6, also 18 Digitalpins, die wir ja eh nicht hätten, sondern nur die beiden Pins A4 und A5 am Uno für die I2C-Kommunikation. Die Digitalpins am Arduino hätten wir jetzt alle noch frei für LEDs, Schalter oder andere Bauteile. Das Video ist wieder etwas länger geworden als geplant, aber für heute war es das jetzt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen kurzen Kommentar oder ein Abo da oder noch besser beides. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.